Finde alle reellen Werte für x, die die folgende Gleichung erfüllen. cos x – cos 2x – sin 3x gleich 0 Stelle alle Lösungen, die zum Intervall von –pi eingeschlossen bis pi ausgeschlossen gehören, im trigonometrischen Kreis dar. Um diese trigonometrische Gleichung zu lösen, verwandeln wir cos – cos in –2sin sin durch die entsprechende Formel von Simpson und dann werden wir sehen x plus 2x halbe. Deshalb zerlegen wir dieses 3x in 2 mal 3x halbe. Somit erhalten wir diese Gleichung und hier können wir jetzt die Verdopplungsformel vom Sinus anwenden. Das führt dann zu dieser Gleichung und wir sehen, dass wir 2 sin 3x halbe ausklammern können. Also führt unsere trigonometrische Gleichung zu diesem Nullprodukt. Dieses Produkt ist gleich Null, dann und genau dann, wenn Sinus von 3x halbe Null ist oder wenn diese Klammer Null ist. Somit haben wir also zwei Fälle zu bearbeiten. Der erste Fall, Sinus 3x halbe gleich Null, führt sofort zu 3x halbe gleich k mal pi, wo k eine beliebige ganze Zahl darstellt und diese Gleichung ist erfüllt, dann und genau dann, wenn x 2k pi drittel ist, wo k eine ganze Zahl ist. Im zweiten Fall ersetzen wir sofort den Sinus von x halbe durch Cosinus von pi halbe minus x halbe. Das führt dann zu dieser Gleichung und das ist eine Grundgleichung cos gleich cos, woraus wir schließen, dass der erste Winkel gleich ist zu plus minus dieser zweite Winkel plus 2k pi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Wir haben also zwei Unterfälle, einmal mit plus und einmal mit minus. Nennen wir die Unterfälle a und b. Im ersten mit plus erhalten wir diese Gleichung. Minus x halbe setzen wir links rüber. Somit haben wir links 3x halbe plus x halbe, also 4x halbe, also 2x. So. Und diese Gleichung teilen wir jetzt noch durch 2 und finden somit die Lösungen pi viertel plus k pi, wo k eine beliebige ganze Zahl darstellt. Im zweiten Unterfall setzen wir auch diesen Bruch x halbe links rüber. Dann steht links 3x halbe minus x halbe, das sind 2x halbe, also x. Somit stoßen wir auf diese Gleichung und fertig. Jetzt müssen wir noch alle Lösungen in die Lösungsmenge hineinpacken. Das heißt, diese Lösungen, diese Lösungen und diese Lösungen. Das stecken wir alles in die Lösungsmenge hinein und vergessen nicht zum Schluss zu erwähnen, dass k eine beliebige ganze Zahl ist. Jetzt brauchen wir nur noch alle Lösungen, die zum Intervall von minus pi eingeschlossen bis pi ausgeschlossen gehören, im trigonometrischen Kreis darzustellen. Schauen wir die ersten 8 Lösungen. Wenn k 0 ist, erhalten wir als Lösung den Winkel 0. Und dieser Winkel liegt im gefragten Intervall. Wenn k 1 ist, erhalten wir als Lösung 2pi Drittel. Auch dieser Winkel liegt in diesem Intervall. Wenn k 2 ist, erhalten wir 4pi Drittel. Aber Vorsicht, der Winkel 4pi Drittel liegt nicht in diesem Intervall. Deshalb müssen wir 4pi Drittel ersetzen durch minus 2pi Drittel. Überprüfen wir das im trigonometrischen Kreis. Wir zählen ab hier 1pi Drittel, 2pi Drittel, 3pi Drittel, 4pi Drittel. Der Winkel 4pi Drittel liegt also hier. Und den müssen wir ersetzen durch, wieder zählen wir ab hier, minus 1pi Drittel, minus 2pi Drittel. Diese Lösung liegt im gefragten Intervall. Jetzt schauen wir die zweite 8 Lösungen. Wenn k 0 ist, erhalten wir als Lösung pi Viertel. Und pi Viertel liegt im gefragten Intervall. Wenn k 1 ist, erhalten wir als Lösung pi Viertel plus pi, das heißt 5pi Viertel. 5pi Viertel liegt aber nicht im gefragten Intervall. Deshalb müssen wir 5pi Viertel ersetzen durch minus 3pi Viertel. Auch das überprüfen wir im Kreis. Wir zählen ab hier 1pi Viertel, 2pi Viertel, 3pi Viertel, 4pi Viertel, 5pi Viertel. Wir landen also da. Und dieser Winkel 5pi Viertel wird ersetzt durch, wir zählen ab hier, minus 1pi Viertel, minus 2pi Viertel, minus 3pi Viertel. Dieser Winkel liegt im gefragten Intervall. Jetzt noch die letzte 8 Lösungen. Wenn k 0 ist, erhalten wir als Lösung minus pi halbe. Minus pi halbe liegt im gefragten Intervall. Und für alle anderen k Werte liegen die Lösungen außerhalb von diesem Intervall. Und somit müssen wir nur noch minus pi halbe als Lösung einzeichnen. Der Auftrag ist erledigt.